Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Info-Hilge von Michael-Werf-Badwars und damit haben wir auch schon alle anderen Zuschauer, die jetzt hier einschalten werden, abgeschränkt. Hallo Blocki, na wie geht's dir? Hallo Florian, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, Mr. Felicius Block. Oh, das freut mich wirklich sehr. Heute ist ein ausgesprochen guter Tag, denn was mir heute schon widerfahren ist, ist wirklich eine Pracht. Eine Pracht, sagst du. Dann erzähl mir doch mal ein bisschen davon, was dir heute an diesem wundervollen Tag widerfahren ist, mein Freund. Ich bin pünktlich aufgestanden. Pünktlich? Das halte ich für ein Müdhaus. Ja, nice, Alter, wie wir ihn weggeratchelt haben. Lass mal direkt Zeit für unser Bett holen. Gehen wir hier, aha, oh, ich dachte, du wärst down, aber du lebst scheinbar noch. Ich bin down. Du auch. Nice. Nice. Sehr gut, aber da kam noch irgendeine andere Wurst hinterher. Von daher passt das alles. Wo ist denn, wo ist denn das Eisen? Ja gut, hol ich mir mal Item Package 2. Mal gucken, was da so drin ist. Genau das ist ja wie sonst, glaube ich, wo das Essen dazu ist. Ja, solche, oh Gott, es kommt einer zu uns. Nein, was? Bra, komm zurück. Ich kann nicht. Komm zurück. Okay, er geht auch wieder, scheinbar. Aber unser Bett hält sowieso nicht mehr so lange durch. Ohne Eisen ist echt ein bisschen difficult. Wann mal, ich sammle hier gerade hart. Wo gibt's denn die Uhren? Wo gibt's denn die Uhren? Gibt's hier auch wieder zentriert irgendwo? Ja, die gibt's wahrscheinlich oben in der Mitte. Okay, ich hol die Uhren, du gehst zurück, okay? Okay. Okay. Wuhu! So, oh Mann, hier ist zugebaut. Hast du das Eisen gefunden? Nee, hab ich noch nicht gefunden, aber ich hab hier 10 Uhren. Hier ist das Eisen, ich hab's gefunden. Du hast es gefunden? Ja. Wo denn, wo ist es denn? Hast du in der Farm, oder was? So ein Stück Farm, ja. Okay. Hast du Uhren? Ich hab Uhren, ja, aber pass auf, dass jetzt keiner reinkommt. So, 10 Sekunden haben wir drauf. Meiner kommt da oben. 10 mal 10. Okay, ja, ich hab wieder zugemacht. Okay, er baut sich jetzt wahrscheinlich hoch hier. Sind wir rot? Nee, wir sind nicht rot. Das ist schlecht, wir sind blau. Ah, shit, ich hab ich nicht bekommen. Ja, war ein nicer Move, ne? War ein richtig guter Move. So, pass auf jeden Fall auf. Du bist bewaffnet, dann sollte er dir eigentlich nichts können. Richtig. Wo ist denn das Bett? Ich weiß auch noch nicht wo. Das Bett ist hier, hier drinnen. Hier, du siehst doch die Zeit. Achso, okay, ja gut. So, pass einfach nur auf, dass er dich nicht runterkickt, dann sollte ja alles easy sein. Ähm, was wollte ich mir grad kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Er ist da, oder? Nee, er ist oben auf dem Dach, glaub ich. Okay, alles gut. Ja. Da ist er, ich seh ihn. Hab ihn einmal gehitet. Nice. Blick fett, Alter. Ich hab mir erstmal Felic Whip geholt. Das ist nice. Ich werd mal hochgehen zu ihm. Da ist er. Der müsste jetzt gleich runterfliegen. Hoffe ich mal. Okay. Down. Nicely dicey. Get down. Dieser Weg hier, ne? Wird kein leichter sein. Dieser Weg wird scheinlich und schwer. Nicht mit ihnen. Willst du da einig sein? Doch dieses Leben bietet so viel. Es kommt wieder einer oben. Bist du noch in der Base? Mann. Ja, ich bin hier. Hat am Stift. Okay, dann musst du jetzt verteidigen, Alter. Du musst deffen. Du musst deffen, Junge. Ich deffe. Deffe. Ich deffe wie verrückt. Okay, ich hab richtig viel Gold. Okay. Und, äh, ja. Kommen sie dazu? Und ich hab auch richtig viele Uhren. 15 an der Zahl. 15 Uhren? 15 Uhren. Bist du des Wahnsinns, mein Junge? Das ist schon viel, ne? Ja. Ich komm jetzt unten lang. Ist der, ist der equipped, der Typ? Er ist da, ist schon da. Ja, gut, ich bin noch hier eingebaut. Achso. Ja, aber ich muss mich jetzt mit dem battlen. Wenn er jetzt irgendwie was hat, was gefährlich ist, dann wäre das nicht so gut. Da ist noch einer. Oh, nee, das bist du. Okay. Halt. Warte, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Warte, 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 stopp. Du hast, du hast schon Eisenschwert? Ja. Aber ich geb dir ein Diaschwert, Alter. Nice, der. Ohne Problem. Ist das so viel Gold, der? Was ist los? Ja, hier, eins, äh, warte, eins für dich, eins für mich. Krass, der Scheiß, der. Dann hab ich jetzt noch 15 Uhren. 15? 15. Warte mal, ich will mal ganz kurz ne Kiste kaufen. Ja. Ja, 15 Uhren für uns. Das ist wirklich super schön. Zack, 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 zack. Ist dir jetzt noch jemand langgefahren? Nee, oder? Aber guck mal, Ruth ist gar nicht so weit, nee, ich glaube nicht. Ruth ist gar nicht so weit ab von uns, ne? Nee, nee. Wir haben schon gut gefahren, denke ich. Bist du mit in der Mitte? Ich bin in der Mitte, ja. Auch. Wow. Er hat dich fast bekommen. War das mal kurz spannend, Alter. Ja, ihn hab ich. Nice. Der andere ist da hinten, der andere ist da hinten. Wo? Da, 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 da. Ist das die rote Base? Ja. Achso, das ist die rote Base. Ja, schau mal, schau mal. Ich hab ein bisschen Angst, dass die uns runterkicken, aber der hat auch was zu verlieren. Der hat richtig viele Uhren und so. Komm schon, los. Hoch, hoch, hoch. Ja, hoch, 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 hoch. Rote Teppiche hier überall. Krass. Krasses Movement von den Dudes. Okay, wo bist du? Hinter dir. Okay, wir dürfen denen jetzt nicht super viel Zeit geben. Nee. Okay, okay, auf den unteren, auf den unteren. Jetzt. Okay. Okay, den Humble. Hab das. Oh, ich bin down, ich bin down. Du hast das Bett? Ja. Super nice, super nice. Ja, bin aber auch down. Kommst du ihn auch noch? Nee, bin down. Okay, okay, okay. Aber sehr gut. Kommst du die schon? Nee. Ja, oder hast du die schon mal raufgehauen? Ja, ich hab schon mal ein bisschen draufgeballert. Ballert. Okay, nice. Ich kann schön abschlauben. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Was ist denn los, Mann? Machst du unsere kleine Farbe nicht, oder was? Ich hab'n gebaut einfach. Ich komm' nicht mehr raus. Ja, Pech. Du musst dich ja irgendwie los rein, ne? Du reg'lst schon alleine. Ich versuch' jetzt alleine zu regeln, ne? Was hast du? Ey, krass. Idy, Idy, my weeny. Der Jeep. Idy, mir juckt das Auge. Ich jucke ja schon. Ich schlag' schon rein. Weiter geht's mit der nächsten Runde und zusammen mit Javin. Hier ist das Bett. Ja, und das scheint eine richtig fette Fläche zu sein, hier. Hier kann man sich gut verstecken, glaub' ich. Schon, ne? Wenn da erstmal was steht, dann ist das nicht so praktisch. Nee. Na gut, versuchen wir mal unser Bestes zu geben, ne? Wir sind immerhin in Team Rot und Team Rot will den Tod. Wow. Ja, Team Rot frisst aber auch keinen Kot. Ja, ja, natürlich, Alter. Kot? Was? Wir hatten gestern Abend im TeamSpeak ein kleines, wichtiges Gespräch über Kot. Also, wir haben uns die Frage gestellt, wenn wir uns entscheiden müssten, was würden wir eher zu uns nehmen? Da fing's halt an mit fremdem Urin oder eigenen Kot. Mhm. Und, ähm, da hatten wir uns beide doch eher für den fremden Urin entschieden. Ja, doch. Einfach, weil wenn man sich so vorstellt, wenn man so ne Wurst erstmal schön reinbeißt und das alles an den Zähnen klebt, ist nicht so geil. Und dann hatten wir uns noch überlegt, was wir so am liebsten denn essen, also welchen Kot wir am liebsten essen würden. Vielleicht hätte ich das doch nicht in der Aufnahme ansprechen wollen. Das wollten wir eigentlich für deine Aufnahme nehmen. Das stimmt, aber jetzt ist es schon in deiner, tut mir leid. Ja, das stimmt. So, okay, lass mal hier grün wegwacken. Ja, wir tryharden jetzt richtig hart. Ja, ja. Warte mal. Guck mal, die sind so unabhängig. Kriegst du es, kriegst du es, kriegst du es? Ja, guck mal. Ja, schön. Ja, Wien ist auch noch hier. Das ist eigentlich nie so gut. Guck mal, und jetzt müssten wir Zeit bekommen haben, oder? Weiß ich nicht. Ich hab mich drauf geachtet, aber ja, wir haben mehr als andere. Ja, ja, genau, wir führen. Sehr schön. Dann lassen wir direkt das nächste Bett weg, Ragnar. Das ist einfach ganz normale Speedbattle. Das heißt, man wird hier belohnt dafür, dass man Betten abbaut. Ja, das finde ich echt nice. Ich weiß nicht, ob ich gut finde, dass man belohnt wird, wenn man ein fremdes Eigentum zerstört. Doch, finde ich schon gut, glaube ich. Findest du schon okay? Finde ich schon gut, ja. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu heftig. Vielleicht hätte ich einfach durchlaufen sollen. Ja, gut, das waren jetzt zwei ausgerüsterte Dudes gegen einen mit einem Knüppel. Mit einem Knüppel, ach du, oder was? Ja. Okay, ich bringe ein bisschen Eisen mit, aus der Mitte, was ich mir jetzt holen werde. Okay, okay, hol's dir. Hol's dir, Diger. Ich hol's mir, ich hol's mir. Diger, Diger, hol's dir. Ich hol dir nochmal, wenn es gut ist, das Bett fertig einbleiben. Okay, bau mal dein Bettchen ein, das finde ich sehr schön und ansprechend. So, hier haben wir ein Öhrchen. Hey, wo spawnen das Gold? Hey, bist du unser Dude, ja. Alles gut. Hey, ist baunt das Gold? Gold ist weg. Ist echt weg? Ja, kann sein. War das schon immer hier unten? Ich brauche euch die Hilfe in der Mitte. Hallo, ich bin da. Wie viele Dudes da plötzlich sind? Der eine geht zu uns, glaube ich. Ja. Ja, kann sein. Wow, shit. Ich hab's versucht, sie auszufixen. Fuck, 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 ich weiß nicht, ob ich den noch kriegen kann. Achso, okay, bloß. Ja, aber ich hab nichts. Okay, nice. Gut, gut. Gut, alles gut soweit. War mich ein Knabbel, aber... War kurz spannend auf jeden Fall. War ein Knabbel. Ja, genau, dann haben wir uns hier über den Beschaffenheit zu den Code unterhalten. Was ist das für dein Favorit? Mein Favorit ist nach wie vor, denke ich, das cremige, der Aufstrich. Der Aufstrich, ja. Der Aufstrich finde ich auch eigentlich ganz gut. Lass mal zehn Arten von Code machen. Lass machen, ey. In Minecraft. Ja, der Aufstrich finde ich schon richtig gut. Der Aufstrich. Ja, warum sind hier so viele Blaue an unserer Base? Vielleicht sind die alle trunken? Boah, Alter. Ja, war nicht sicher. Catch mich der Gelbe direkt weg, ey. Das finde ich nicht nett. Hab ich den Blauen einen runtergeholt, weißt du? Und dann sowas. Nee, ich bin mal blau, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher. Oh, es kann sein, dass jetzt einer zu uns geht. Töte mich doch, töte mich doch. Nein! Kommt einer zu uns? Ich hatte das Wett schon fast vom Blaumann. Ah ja, okay. Und dann hat der so eine Spitzhacke ausgepackt. Dieser Wix-Kopf. Dieser Wix-Kopf. Da kommt ein Gelber. Okay, finde ich gut. Was? Okay. Ich bin irgendwie nur im Sterben gerade. Ich finde ganz interessant, dass man instant schläft. Hau den runter. Sehr schön. Oh. Sicher? Ja, doch. Okay. Da kommt noch einer. Nein! Arschkind. Okay, er hat mich auch, er hat mich auch, er hat mich auch. Nein, was? Ja. Wo ist er hin? Da. Auf da. Oh, ich sehe ihn nicht. Doch da. Ich sehe ihn natürlich. Aber irgendwie, weil du auch einen gelben Krusten-Clan-Dings hattest, dachte ich plötzlich, wir sind gelb. Ach nun. Aber ich habe einen Steak irgendwo, ja. Das finde ich sehr schön. Dann kann ich gleich weitermachen. Ja, ja. Die sitzen aus eigentlich. Unser Bett hält ein klein wenig kürzer als das vom Gelb. Oh krass. Oh, wo gibt es Zeit? Das wäre jetzt nochmal interessant zu erfahren. Ja, in der Mitte. Okay. Ich habe es ein bisschen. So. Wir haben nochmal 30 Sekunden draufgekommen. Damit fliegen wir immer noch nicht. Oh, die kommen jetzt. Die kommen. Vorsicht. Und es war alle richtig hart. Okay. Jetzt sind sie da unten plötzlich. Oh Gott. Hä? Nein, was? Wo? Okay, okay, okay. Ich bin in der Base. Hä? Alter, wie hat er denn nach oben geguckt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die Eile baut sich hoch. Wie kommen die alle hoch irgendwie? Ja. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Scheiße, Scheiße. Ich habe kein Eisen. Einer ist unten. Einer ist unten. Einer ist unten. Noch einer? Alter, Alter, das tut mir viel Schaden. Ich habe einen. Aber einer ist nicht wieder. Nein. Okay, aber das wäre eh weg. Ich habe jetzt gleich. Alles noch im grünen Bereich. Ich versuche, dir Eisen zu holen. Ist er weg, der Dude hier? Ja, die sollten alle weg sein. Okay, gut. Okay. Ich bringe dir ein bisschen Eisen. Das ist sehr, sehr schön. Wenn du es schaffst zu entkommen, dann okay. Ne, Achtung, alle kommen, alle kommen, alle kommen, alle kommen. What? Ja, gut, wir haben. Dann sind wir erstmal. Ne, oh Gott. Gut, die haben wir einen. Habe ich. Haben wir alle? Alle weg? Ja, alle weg. Stürmen wieder alle drei einfach los, random. Also zu zweit zumindest. Ne, sie holen sich Eisen, glaube ich gerade. Ich habe erst mal in die Mitte gehen schnell. Du bist doch schon da. Ja, so gut wie. Ja, los. Ich komme mit. Ja, hier ist der ganze Weg zugebaut. Wir gehen einfach alle in die Mitte, um Gutes. Ja, okay, 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 okay. Jetzt geht es viel Zeit. Dann haben wir die Vorherrschaft hier. Wo ist denn das Gold? Weiß ich nicht. Der Border verkleinert sich, okay, wenn alle Betten fallen. Ich verstehe es echt nicht. Geh aber von nach... Hier, hier, hier liegt noch Gold rum. Oben, oder was? Ne, das war eine Uhr hier. Ja. Du bist kein Gold? Doch, es muss Gold. Das brauche ich ja nicht mehr. Wo ist das Gold? Hast du noch ein Eisen? Ja, okay. Aber die haben auch keine Betten mehr, ne? Ich habe kein Eisen. Ne, die haben auch keine Betten mehr. Hast du noch gar kein Eisen, ja? Gar kein Eisen, ja? Ach, scheiße. Eine Angel wäre natürlich geil gewesen. Ja, das ist blöd. Okay, okay, okay. Bleib direkt bei mir, ja? Bin da. Guten Tag. Lass ihn in die Mitte laufen. Lass ihn in die Mitte laufen. Lass ihn in die Mitte laufen. Okay, los. Ich glaube, wir sind hin bei uns. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein, bist du... Bist du zurück? Oh Gott. Nein, ich bin down. Echt? Ah, ich habe einen bekommen. Oder gekickt instant. Ah, fuck, ey. Warum war denn das schon wieder zu? Weil die sich da immer hochbauen müssen. Ja, Mann. Mann. Ihr, ihr Dinger, ihr... Ihr bekackten Kacker, ey. Natürlich schreiben sie nicht zurück, weil das alles Faggots sind. Sie sind alle arrogant und abgehoben. Ja, Mann. Ich bin nicht abgehoben. Wenn ihr auch arrogant und abgehoben seid. Dann hast du ein Däubchen nach oben. Da schaut auch bei Blocky vorbei. Denn da gab es auch ein paar Quick Bad Wars Runden. Und ja. Bis dann. Bis dann. Ciao, Mann. Tschö.